So, herzlich willkommen zum 21. Türchen mittlerweile und ich habe es hier gesehen. Ein kleines Paket. Ich hoffe, hier ist was Feines drin. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie auf. Ohne, dass es gleich hoch geht. Ha? Ha! So. Und zwar sind hier knallzieht Strippen drin. Die habe ich, glaube ich, mal vom Little Sparkle in seiner Silvester-Vorfreude-Tüte erhalten. Und da wollte ich sagen, stelle ich kurz die Kamera um und dann sehen wir uns beim Test wieder. So jetzt hier ein bisschen in der Ecke umgestellt. Ich würde sagen, versuchen wir einfach mal das Erste. Ich hoffe, ich kriege es hin. Okay, das war jetzt ein kleiner Fail. Aber dieser schöne Geruch, das riecht so hier wie diese Zündblätter. Zündblättchen. So, und das Zweite. Wow! Das hat schon deutlich mehr gescheppert. Gut, da wollte ich sagen, was ist mit Türchen 21? Und dann sehen wir uns morgen beim 22. Türchen wieder. Bis dahin. Viel Spaß! Bis dahin.